So, hi zusammen! Herzlich willkommen zum nächsten ArcGage Insider hier direkt und live vom Testserver aus Korea. Ich bin wieder zu Hause, war jetzt die ganze Woche beruflich unterwegs und wollte mir gleich als erstes ein paar Themen vornehmen, die im Forum besprochen wurden und die nicht so ganz durchgedrungen sind. Und habe mir dafür jetzt extra hier ein bisschen was vorbereiten lassen. Ich möchte jetzt erstmal vielen, vielen Dank an meine ganzen Helferlein zuschicken. Vor allem an den Basti, der mich ja beim letzten Mal schon gut unterstützt hat. Und vor allem an meine Frau und an ein paar Freunde von mir, die jetzt den Aufbau hier übernommen haben in meiner Abwesenheit. Und auch gleichzeitig den Claim meines eigenen kleinen Häuschens hier in der freien Natur. So, schalten wir erstmal wieder unsere UI an. Ja, das muss natürlich auch mal sein, wieder ein kleines Ständchen zum Anfang. Nein, ich bin nicht so gut im Spielen. Ja, der persönliche House Claim. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht schön? So weit ab von der Zivilisation, naja, nicht ganz weit ab von der Zivilisation, aber zumindest weg von den Spielerstätten. Weg von den Housing-Zonen. Auch Leute, die keine Lust auf Inseln haben. Das wäre doch genau das Richtige für euch. Wir haben das teilweise jetzt auch schon auf dem Live-Server drauf und ich werde euch jetzt hier erklären, wie das funktioniert. Werde ein bisschen auf den Live-Score zu sprechen kommen. Und einige andere Änderungen, die außer dem Angeln, dass wir ja komplett in den Fokus gerückt haben beim letzten Mal, ich werde heute kein Wort mehr über das Angeln verlieren versprochen, auf dem Test-Server drauf sind und die teilweise auch schon live sind oder nächsten Dienstag live gehen werden. Ich starte jetzt erstmal mit einem kleinen Flug über das Gebiet. Ich habe es schon gesehen, die Leute haben etwas übertrieben. Wir haben hier einen riesengroßen Wald. Und das hier mittendrin, das ist Fidos Haus. Fido, Einsiedler. Und das hier ist meine große Vogelscheuche. Und das sind die einzigen beiden Gebäude, die von einem Spieler errichtet sind und hier stehen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch, sobald ich unten angekommen bin. Und zwar ist es so, dass es jetzt Personal Claims gibt. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt Personal Claims für seine kleinen Landparzellen. Und der Personal Claim richtet sich nach dem Personal Claim, naja Stein kann man es nicht nennen, aber der Personal Claim Pfahl. Dieser Pfahl ist hier aufgestellt und berechtigt dazu, hier in diesem Gebiet, und zwar nur in diesem Gebiet rund um den Stein, sich zwei 16 auf 16 Meter Zonen zu sichern. Und das habe ich jetzt hier gemacht. Wie man hier sieht, hier sind noch diese Holzpfähle, wo man quasi das Ganze einzeichnen kann. Hier habe ich mal eine große Vogelscheuche hingestellt. Und hier eben das Haus. Und das sind die einzigen beiden Claims, die man damit setzen kann. Ich habe jetzt hier im Stadtgebiet mir eine schöne Ecke ausgesucht, die ist mir schon immer ins Auge gestochen. Hier unterhalb der Solstreet Twins, richtig schöne Lage. Gleich hier durch den Durchgang kommt man zum ersten Spielerdorf, wo man auch seine Crafting-Quests macht. Etwas weiter im Süden ist eine Mine, ein künstlicher Wald ist aufgebaut. Aber das geht natürlich nur auf dem Testserver. Ihr wisst ja, die anderen Spieler sind wie wilde Tiere, die sich über alles hermachen, was irgendwo steht. Deswegen hat man eigentlich nur auf dem Testserver halbwegs eine Ruhe, wurde aber auch schon viel geklaut. Nette Blumenarrangements, gesetzte Pflanzen und so weiter und so fort. Ja, und da kann man all eben sich so einen Personal Claim aufstellen. Ich habe jetzt hier im Norden einen weiteren bereits gesichtet. Diese Claims sind auch soweit schon auf dem Live-Server eingefügt. Und es werden immer mehr und mehr dazukommen. Also XL Games wird es schon ein bisschen reglementieren, dass man jetzt hier nicht mitten auf einen Raid-Boss spawnen oder mitten in Mob-Gruppen eben seine Claims reinsetzen kann. Aber es ist auf jeden Fall ein schöner Schritt in Richtung individuelles Housing, freies Housing. Und das Ganze wird in den nächsten Wochen, Monaten, wie auch immer auf dem Testserver bestimmt noch weiter verbessert. Ich brauche da jetzt auch gar nicht allzu nah rangehen. Hier oben sehen wir auch eine wunderschöne freie Wiesenfläche, die im Moment kaum genutzt wird. Und wenn ich jetzt hier meinen Plan auspacke, Moment, ich steige jetzt mal kurz ab. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo der das wieder gepplatzt hat. Genau, dann sehen wir jetzt hier unten einen Claim, der wurde auch gesetzt hier. Allerdings, wie ihr bereits schon sehen könnt, jawohl, hier ist auch Platz auf jeden Fall für drei Häuser. Drei größere Farmhäuser und der zugehörige Claim-Pfosten ist eben hier aufgestellt. Das heißt, ab jetzt hat XL Games quasi die Variation, mit jedem Patch jetzt erstmal die Sachen so auf dem Live-Server aufzuspielen, dass sie ja eben so hingestellt werden. Der Plan ist aber, dass Spieler sich diesen Deed quasi selbst produzieren können und sich an Positionen, die es halt ermöglichen, wie hier oben zum Beispiel in dieser relativ freien Landschaft, eben dort ihre Häuser hinzumachen. Und das ist eben ein Deed für 24 auf 24 Meter Häuser. Meiner unten hat eben dieses Miniaturzeichen für 16 auf 16 Meter Häuser, den ich mir unten hingesetzt habe. Ja, genug über die Deeds-Philosophie. Ich würde sagen, nehmen wir mal einen Patchstein, begeben wir uns in die Zentrale, weil ich möchte jetzt erstmal auf den Punkt zu sprechen kommen mit dem Live-Score-System. Ja, Live-Score wurde im Forum angesprochen. Was ist denn das? Was ist denn da los? Ich habe es da schon ein bisschen flüchtig angekündigt. Und das ist quasi ein neues Punktesystem, ein neues Währungssystem. Ist ähnlich wie im PvP mit den PvP-Marken. Mit der Erde ist es jetzt quasi so, dass all die Farmer und all die Sammler, also quasi die Chars, die nicht auf Crafting aus sind, sondern auf Farming und den ganzen Bereich außenrum, jetzt auch entlohnt werden sollen für ihre Mühe. Dadurch, dass sie ja nichts produzieren, sondern sich eher darauf spezialisieren, Sachen einzusammeln. Dafür wird es halt eben eine entsprechende Bezahlung geben. Ihr hört es, meine Nase ist immer noch ein bisschen voll. Ich bin Gott sei Dank nicht mehr so sehr angeschlagen, wie noch am Sonntag. Das habt ihr aber im Let's Play mitbekommen. Ich werde diese Folge jetzt auch direkt Freitag jetzt hochladen. Ich hoffe, die kommt heute Abend online zeitgleich mit meinem neuen Let's Play, das auch noch von letzter Woche ist. Und jetzt sehen wir hier auch die schönen Symbole, die jetzt da sind. Die haben wir beim letzten Mal ja auch gefehlt. Das aber nur als kleine Randnotiz. Wie gesagt, die Zentrale ist allerdings nicht mehr so zentral. Ihr seht es ja, die Zentrale ist leer. Das ist jetzt alles im Einsiedlerhäuschen quasi drin, in meiner eigenen Housing-Zone sozusagen. Gut, der Livescore-Händler. Davon gibt es ganze zwei. Jede Fraktion hat einen. Der Livescore-Händler befindet sich in den Zentren quasi der Crafting-Quests. Sprich für den Westkontinent in Lilliard Meadow auf dem Ostkontinent in den Tiger Spine Mountains. Tiger Spine Mountains kennt ihr ja die Crafting-Quests bereits über Liesl. Aus den früheren Folgen, so um die 20, glaube ich. Müsste mal gucken, ob die da irgendwo stecken. Da wisst ihr auch, wo die Position hier ist. Und hier zeige ich es euch jetzt natürlich gleich. Hier, wo auch mich schon die ganzen Crafting-Quests anlachen, die ich allerdings nicht annehmen werde. Noch nicht. Wenn es mal wieder was Neues gibt, werde ich das tun. Ja, und unsere Dame, die quasi dafür zuständig ist, das ist die Person hier. Das ist quasi die Traderin, die wird auch bald noch eine Funktion bekommen, denke ich mal. Und hier kann man sich eben für seine Währung, ja, Sachen einkaufen. Wie man hier sieht, zum Beispiel wundersüße, hübsche kleine Pets. Ich glaube, es sind keine Reittiere, das habe ich fälschlicherweise angenommen. Dann hier diese Buchrohlinge, die sind relativ günstig zu haben. Damit kann man sich seine eigenen Bücher fürs Haus erstellen. Dazu aber später mehr. Und eben diese speziellen Deeds, die einen dazu berechtigen, spezielle Crafting-Stations für verarbeitende Berufe zu bauen. Dazu auch später mehr. Ich habe da mal was vorbereitet, beziehungsweise vorbereiten lassen. Live-Score seht ihr jetzt hier, habe ich 15.098 Punkte. Das ist ja wie abgezählt. Für diese 15.098 Punkte kann ich mir jetzt quasi eins von diesen kleinen Tierchen kaufen und eben den Basis-Deed für die Stufe 1 Erweiterung für Crafting-Stations fürs eigene Haus. Und ich habe mich jetzt hier für den Tare einfach mal entschieden. Der wird jetzt einfach mal hier runtergelegt für 5.000 und eben diesen D-Tier für 10.000 kaufe ich jetzt beide ein. Kostet mich 15.000 Live-Score-Punkte. Wie kommt man überhaupt zu Live-Score-Punkten, fragt ihr euch jetzt bestimmt. Das ist relativ einfach zu beantworten. Wir haben hier oben einen fertigen Baum, den nehme ich jetzt einfach mal als Demonstration. Beziehungsweise hier eine Pflanze. Wenn ich jetzt quasi eine Pflanze pflücke, hier in diesem Moment ist einer von den ganz billigen, ich brauche, ich habe jetzt quasi 98 Live-Score-Punkte übrig gehabt. Ich brauche jetzt für das Pflücken dieser Pflanze einen Punkt und bekomme halt eben diesen einen Punkt als Live-Score gutgeschrieben. Das heißt, wenn man einen Basis-Skill hat zwischen 0 und 10.000, dann ist es so, dass man eben in dem Beruf genau 1 zu 1 seine Arbeit umwandelt in Live-Score-Punkte. Live-Score-relevante Berufe sind Angeln Viehzucht Ackerbau Sammeln Bergbau Und ich glaube, da sind wir auch schon durch. Und Holzfällen, natürlich Holzfällen noch. Beim Holzfällen ist es so, ihr seht es ja wie auf dem Live-Server auch, Holzfäller 50.000, man gönnt sich ja sonst nichts. Ist es jetzt so, dass ich natürlich weniger Arbeitskraft brauche, das seht ihr jetzt hier, dann seht ihr nämlich auch, wie viel das normalerweise kosten würde. Jetzt als Holzfäller benötige ich 15 Arbeitskraft für diesen Baum, bekomme allerdings die vollen 25 Live-Score-Punkte gutgeschrieben. Bedeutet so viel wie, wenn ihr besser werdet in eurem Sammelberuf und euch spezialisiert, holt ihr mehr Live-Score raus für weniger Arbeitskraft-Einsatz. Das heißt, ihr könnt euch mit weniger Arbeitsaufwand diese Punkte erspielen, um euch eben diese tollen Sachen hier zu holen. Die Umwandlung hier ist noch relativ normal. Beim Bergbau gibt es eine gewisse Einschränkung und auch beim Angeln, das kann ich jetzt mal ganz kurz vorführen. Ich werfe jetzt einfach mal die Angel hier unten in den Fluss. Also kommen wir doch noch mal ein ganz, ganz kleines Mal auf Angeln zu sprechen, aber keine Angst, das wird jetzt nicht so viel Angelstoff werden. Da müsst ihr euch jetzt keine Sorgen machen, wir machen wie gesagt nur einen Probefang, damit ihr das Ganze seht. So, wir werfen unsere Angel aus. Da haben sie übrigens auch in den Animationen schön gearbeitet und am Sound auch, das hört sich schon viel besser an als beim letzten Mal. So, jetzt hoffe ich, fange ich auch was. Ah, komm schon. Oh, los. Oh nee, ist das hier schon ausgeräumt? Aber ist egal, ich glaube, ich bekomme auch so Punkte, weil auch wenn ich nichts fange, ich habe jetzt natürlich nichts geangelt, ich habe jetzt fünf Arbeitskraft verbraucht, aber ich habe nur einen einzigen Life-Score-Punkt bekommen, Angeln ist da etwas eingeschränkt in der Life-Score-Generierung, weil es halt nur indirekt halt mit diesem Life-Score zu tun hat. Das war ein Initial, war eigentlich nur Holzfäller, Sammler, Viehzüchter und Ackerbauer gedacht. Ich muss euch jetzt noch eine Mine zeigen, ein kleines Erzvorkommen, da kann ich euch nämlich dann das nächste Beispiel zeigen. Ich glaube, das mache ich am besten bei mir am Haus, da kann ich nämlich jetzt direkt hin. Also machen wir unser Portal zurück und gehen zurück zum Einsiedler. So, da habe ich nämlich auch alles direkt in der Nähe. Da zeige ich euch auch, wieso ich diese Stelle so mag, ich habe es ja bereits erklärt. Das Stuff ist gleich in der Nähe, es wäre auch eine Spielerstadt mit Basic-Crafting-Stationen zur Verfügung, die wäre auch direkt in der Nähe. Ich habe ja in meinem eigenen Haus schon eigentlich alle Crafting-Stations, die man soweit braucht. Da zeige ich euch mal kurz, wie es aussieht. Wie gesagt, nicht wundern, es sieht aus wie Schwein hier drin, weil das 16 auf 16 Meter Haus eben nicht gerade besonders groß ist. Aber ich habe ja alles, was man so braucht. Waffenschmied, Holzverarbeitung und Konstruktion, Juwelier, die jeweiligen Rüstungskategorien, Alchemie, Kochen und ich muss sogar hier oben meine Truhen unterbringen für meine ganzen Matts und hier halt eben noch mein Bettchen. Und natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, die kennen da ja bereits, Mademoiselle Lalonde, die Zunge. Nein, nein, das ist die Sprachlehrerin eben. Lalonde, die Zunge. Ja, hier natürlich alles schön dekoriert. Also alles, was ich jetzt hier mache, also auch wenn ich diese Blümchen hier pflücke, gibt natürlich alles Livescore-Punkte. Ich kann euch natürlich auch immer wieder die tollen Fünffachraten hier auf dem Test-Server zeigen. Ja, 20 Mal Lilie aus einem einzigen Samen hat man nicht alle Tage. Und auch hier brauche ich zwei Arbeitskraft und bekomme zwei Livescore-Punkte dafür. Kommen wir zum Bereich Viehzucht. Ich brauche nämlich jetzt auch noch Ziegenhaare für meinen nächsten Part. Jetzt schauen wir mal, was das Füttern der Tiere macht. Für das Füttern der Tiere bekomme ich ebenso meine zwei Punkte auch auf den Livescore oben drauf. Und jetzt hole ich mir einmal Haare von Kollege Määä. Und damit bin ich dann schon bei zehn Punkten und nochmal zehn Livescore, die auch wieder oben drauf gehen. Ihr seht, das ist eine ziemlich einfache Umrechnung. Und je höher euer Skill, desto besser wird das Ganze natürlich. So, jetzt habe ich euch natürlich noch gesagt, wir zeigen das nochmal mit Erzen. Ich habe hier einen kleinen künstlichen Wald anbauen lassen. Das sieht alles sehr schön aus. Also das ist alles, wie gesagt, Player-Made, was hier steht. Kann man auch alles wieder entfernen und so. Normalerweise sieht das ganz anders aus. Wer schon in Solzried unterwegs war, der weiß ja, wie es hier eigentlich aussieht. Etwas leerer, wesentlich leerer. Und hier haben wir auch gleich die ersten Vorkommen. Jetzt zeige ich euch das Ganze mal am Beispiel eines Erzes. Da kommen wir nämlich gleich auf den nächsten Punkt zu sprechen, der ja neu ist. Jetzt ist es so, wenn man Erzvorkommen abbaut, man wird immer zuerst ein Eisenerz vor sich haben. Wie jetzt in dem Fall. So, ihr seht jetzt auch hier, das Ganze hat mich fünf Arbeitskraft gekostet. Ich bekomme allerdings nur drei Livescore-Punkte obendrauf. Also auch der Bergbauer hat da mit gewissen Einschränkungen zu leben, weil das halt so vorgesehen ist. Da Livescore sich ja eher auf die lebendigen Sachen konzentriert, wie die Pflanzen eben, wie die Bäume, wie die Sachen, die aus der Erde erleben, sprießen. Der Fisch aus dem Wasser wäre da auch nicht so gerne für genommen. Aber auch der Fisch gibt einem die Möglichkeit, zumindest ein paar Livescore-Punkte zu ergarnen. Verarbeitende Berufe bekommen sowas natürlich überhaupt nicht. Ja, hier ist die kleine Höhle direkt in meiner Nachbarschaft. Seht ihr, wie gesagt, ich komme jetzt gerade von hier oben. Und hier versuche ich jetzt mal, euch ein Sondervorkommen rauszuholen. Es ist nämlich so, wie gesagt, man hat am Anfang jetzt das Eisen. Danach macht es Klonk. Manchmal macht es nur einmal Klonk. Dann weiß man, okay, es ist vorbei. Manchmal macht es zweimal Klonk. Da bleibt ein Haufen Rest zurück. Wie jetzt in diesem Fall hier, der allerdings auch nicht benutzbar ist. Der wird auch gleich despawnen. Da hat XL Games wahrscheinlich noch irgendwas vor. Was genau, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. So, gehen wir mal in die Höhle. Wie gesagt, hier so ein paar private Erzvorkommen. Weil hier kommen selten Leute her. Es gibt eine Secret-Quest-Reihe im Stadtgebiet der Menschen, wo man hier ab und zu mal reinschneit. Aber das ist wirklich nicht die Regel. Dass hier viele Spieler unterwegs sein werden. Also auf dem Live-Server empfehle ich euch nicht, wenn ihr einen Private-Deal im Stadtgebiet habt, außerhalb des Claims irgendwas anzubauen. Weil hier rennen so viele neue Spieler vorbei, denen die paar Verbrechenspunkte geliehen und gesagt egal sind. Deswegen, ja, passt da lieber auf. Wie gesagt, hier auf dem Test-Server kann ich das relativ frei auch machen. Ja, leider wieder kein Glück. Also wie gesagt, die Rare-Vorkommen kommen nicht so oft. Es ist eben so beim Klopfen, dass man mit einer gewissen Luck-Chance eben keinen Dreckhaufen rausbekommt, sondern wirklich ein Rare-Vorkommen auftaucht. Und quasi unter dieser kleinen Mine, die man aufgestoßen hat, lässt XL Games dann ein seltenes Vorkommen spawnen. Und wie das aussieht, werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Wir haben ja noch ein paar Vorkommen hier rumliegen. Und irgendwann werde ich schon Glück haben. Ja, was haben wir denn noch so Neues hier? Es gibt jetzt Tageszeiten-abhängige Spawns von NPCs. Den Anfang machen die Sprachenlehrerinnen für das gemeine Volk. Und die Storyteller, die Gute-Nacht-Geschichten-Erzähler, die Minnesänger. Ich weiß gar nicht, wie ich es genau nennen soll. Das ist ein Kapitel, da möchte ich mich jetzt nicht so genau mit befassen, weil das schon in meinen Augen ziemliche Spoilern darstellen würde. Ich sage nur so viel, es gibt jetzt Universitäten in den beiden Hauptstädten. Diese Universitäten sind frei besuchbar. Und Spieler, die sich eben nicht die Mats leisten können, beziehungsweise die den Skill haben, sich die Hauslehrerin selber zu bauen für sein Haus. Oder sie können es sich nicht im Aha kaufen. Die haben eben die Chance. Ah ja, natürlich ist hier auch die Schneise vom Luftschiff. Die haben die Chance, in den Universitäten für relativ ein geringes Entgelt dort auch die Sprachen zu pushen. Aber nicht in so einem Maße, wie man es eben bei der Sprachenlehrerin im Haus machen kann. Klar, Privatstunden bringen immer mehr ein als öffentlicher Unterricht. Aber die Lehrer und Lehrerinnen an diesen Punkten, also in diesen Universitäten, sind nur zu gewissen Uhrzeiten. Nämlich, soweit ich weiß, von 10 Uhr morgens bis 18 Uhr abends Serverzeit. Also jetzt momentan werden quasi die Hörsäle, kann man so sagen, in den Universitäten von Mahadevi und Mariannopel besetzt. Mit dem Storyteller ist es so, der Storyteller ist ein spawnender NPC, der nur nachts auf dem Server auftaucht. Der taucht auf zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens. Ich sage es immer so viel, er ist in den Hauptstädten auf jeden Fall. Die genaue Position werdet ihr bestimmt irgendwann mal aus Guides feststellen können, aber ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Und dieser Storyteller-NPC gibt euch eine wunderschöne Questreihe, die ist wirklich wunderschön. Und sie hat mit der Story zu tun und deswegen werde ich sie mit Sicherheit nicht spielen, nicht mal anspielen. Weil damit, wie gesagt, koreanisch, da brauche ich nicht mehr großartig drüber zu reden. Ich will auch von niemandem wissen, worum es da geht. Die Koreaner, mit denen ich jetzt ein bisschen sprungen habe, sagen, das ist eine richtig, richtig schöne Questreihe. Ah, und hier haben wir endlich unseren Rare Spawn. Den sehen wir jetzt zwar nicht so gut, aber ich zeige das mal hier. Das ist jetzt der Rare Spawn, es leuchtet richtig raus aus dem Vorkommen. Was könnte da wohl drin sein? Jetzt wird nochmal geklopft. Der Basiswert hierfür ist 20 Arbeitskraft. Und nun holt man halt mit einer gewissen Chance. Entweder am häufigsten kommt, dann wieder Kupfer als das häufigste seltene Erz. Dann natürlich Silber, Gold, Archium und die ganzen speziellen Kristalle und Edelsteine natürlich wie Saphir, Diamant, Rubin und so weiter und so fort. Das ist jetzt das neue Sammelsystem. Es war ja bis jetzt so, die Spieler haben abgewandelt und gelauert, bis die Vorkommen wieder gespawnt sind, die andere Spieler ihnen vorgeklopft haben. Und konnten sich dann genüsslich auf die Rare Spawn stürzen, wenn der andere Spieler Pech hat. Und der Pecher, der war dann auch in seiner Runde unterwegs und hatte keine Chance mehr zu dem Vorkommen hinzukommen. Scheiße. Also hat sich XL Games einfach diesen Mittelweg einfallen lassen. Ist auch halbwegs realistisch. Weil wenn ich was Seltenes haben will, schürfe ich natürlich erstmal die ganze Oberfläche weg. Und vielleicht taucht unten drunter eben ein anderes Vorkommen mit dem Rare auf. So, dann beschäftigen wir uns mal weiter mit dem Fokus natürlich, mit dem Live-Score-System und den vielen Baumöglichkeiten. Ich fange jetzt einfach mal an mit meinem Pad, das ich jetzt hier bekommen habe. Über die Live-Score-Punkte. Das habe ich jetzt hier. Das lege ich mir mal in meine Leiste, damit ich es nicht mehr verliere. So. Und jetzt wird es einfach hergerufen. Ja, und das ist der Kleine. Und jetzt können wir mal schauen. Und der hat im Moment noch gar nichts. Der kann noch nichts. Also der ist im Moment einfach nur sowas wie ein normales Pad bei WoW, kann man sagen. Der Kleine hat hier halt seine Angaben. 4,5 Meter pro Sekunde. Und er hopselt mir hier hinterher. Und ich kann ihn halt eben wieder despawnen lassen. Und wenn ich auf ihn zugehe, kann ich auch nicht mehr machen. Das ist einfach nur ein kleines Pad. Quasi die Vanity-Belohnung für den Sammler. Und ihr seht es ja, der Kleine ist ja wirklich mechanisch herzallerliebst und süß. Manche nehmen natürlich lieber ein kleines Pferd oder was anderes Kleines dazu. Aber ich habe mich eben jetzt für diesen kleinen Freund hier entschieden. Der tippt mir ein bisschen so auf den Boden. Oh. So. Hopp, schau mal hoch. Oh. Guckt, jetzt setzt er sich süß hin und macht sich die Öhrchen. Ich bin ein Mechanotier, aber ich kann auch ganz toll hecheln. Genau so funktioniert das. Wie gesagt, es sind einfach nur Vanity-Belohnungen. Da haben die Koreaner ihre Freude dran. Und es ist einfach nur was Kleines halt. Was Kleines, Schönes und ja, ist erfreulich. Jetzt kommen wir aber mal zu der Hardcore-Belohnung, die auch wirklich ingame relevant ist. Wir haben uns ja jetzt hier einen kleinen Deed erworben. Und mein Steckenpferd ist ja ein bisschen so eigentlich die Holzverarbeitung. Aber für die Holzverarbeitung gibt es noch keinen Benefit, den man sich aus diesem Gegenstand holen kann. Das heißt, ich muss den für den Schneider bauen. Das ist ganz wichtig, weil ich eben nur mit dieser Schneidererweiterung, die ich hier herstelle... Oh, die kann ich gar nicht hier herstellen. Oh! Oh! Die Schneiderherstellung muss ich am Webstuhl bauen. Das heißt, dann besuchen wir mal die Spielerstadt. Man kann jetzt... Ja, ist halt schade, dass sich die kleinen Pets und die Mounts den Slot teilen. Wer weiß, vielleicht machen sie noch Veränderungen dazu. Das wird man halt eben sehen. Wie gesagt, wir sind ja hier noch auf dem Test-Server, wobei man die Tiere ohne besondere Fähigkeiten auf dem Live-Server jetzt auch schon freischalten kann. So, schauen wir nochmal kurz zurück. Es kann sein, dass irgendein typischer Elster, bis ich wieder zurückkomme, die ganzen Bäume abholst. Ihr habt es ja am Ende vom ersten Special-Video gesehen, das vorletzte. Da wurde ja am Ende auch quasi von der Crew, in Anführungszeichen, von irgendeinem Koreaner alles abgeholzt, was da war. Deshalb kann es immer passieren. Ja, und hier ist natürlich wirklich schön, weil hier auch dieser Durchgang eben für das Luftschiff ist. Ich habe mich bewusst für diesen Platz entschieden, weil er wirklich eine schöne Lage hat. Ich komme relativ schnell in eine Spielerstadt im Östlicht. Das ist ja gleich die hier drüben. Ich komme hier zur Spielersiedlung. Ich hätte jetzt eigentlich auch zur Spielerstadt gehen können. Das mache ich jetzt eigentlich auch. Ich gehe jetzt mal lieber zu den NPCs. Ich bin ja eigentlich ein Einsiedler. Ich meide ja die anderen Spieler offiziell jetzt. Wurde auch schon angesprochen von diversen Koreanern hier. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann man auf den Live-Servern auch haben. Ich denke mal, die Plätze werden schneller gewesen sein, als man gucken konnte. Weil im Moment sind sie nur vorgegeben. Man kann die Deeds noch nicht individuell setzen. Da bitte ich auch noch um etwas Geduld. Man weiß ja, XL Games Mühlen malen. Und so schnell können sie nicht malen, weil sie machen so viele Updates. Also heute Abend erwarten wir bereits den nächsten fetten Patch auf dem Testserver. Also ich komme vor Berichterstattung überhaupt nicht weiter. Dafür zahle ich Abo-Gebühren, meine Damen und Herren. Dafür zahle ich auch gerne Abo-Gebühren, dass hier jeden Tag die Kuh fliegt. Dass hier viele kleine Änderungen kommen, auch manchmal etwas größere. Mit dem Angeln können die Spieler wieder ewig beschäftigt werden zum Beispiel. Da ist ja jetzt auch schon der Kampf um die Krone ausgebrochen, wer hier den höchsten Skiller wird. Oh, Entschuldigung, ich habe ja versprochen, ich sage nichts mehr vom Angeln. Ich bin jetzt wieder ruhig. So, und hier haben wir auch den Webstuhl. Dann denke ich mal, dass hier... Ja, genau. So, das hier ist diese spezielle Crafting Station, wie man sieht. Um diese spezielle Crafting Station bauen zu können, benötige ich fünfmal den gelben Trank bestehend aus Klee und Rose. Ich benötige zehn Stoffballen bestehend aus Klee, Rose, Trank mal zehn und eben den Stoff. Und ich benötige einmal ein Buch. Und jetzt sagt mir, bitte, dass es das Buch vom Lifescore-Händler ist. Dann kriege ich nämlich die Krise. Dann muss ich nämlich noch 250 Lifescore-Punkte sammeln. Oh, oh. Oder ist es das Buch, das man beim Holzwarnhändler haben kann? Das ist jetzt die gute Frage, weil das Buch habe ich gar nicht gesehen beim letzten Mal. Nein! Oje, oje, oje. Also ihr seht, da sind einige Vorbereitungen notwendig. Ich gehe jetzt mal zu meinem Haus und gucke mal, was ich das alles auftreiben kann. Weil das wollte ich jetzt live mit euch bauen, damit ihr es am Beispiel Schneider mal seht. So, ja, dann reiben wir erstmal einfach da hin. Wie gesagt, damit könnt ihr eben eurem Mitspieler, der einen verarbeitenden Beruf hat, oder euch selber, falls ihr einen verarbeitenden Beruf habt, eine kleine Freude machen. Das Ding ist handelbar, wie man sieht, keine rote Schrift. Also das ist quasi nicht soulbound. Das kann verkauft werden im Auktionshaus, das kann verschenkt werden an andere Spieler und so weiter und so fort. Und ich brauche jetzt Rosen und Klee. Hoffentlich habe ich sowas noch hier. Ich habe mir nämlich einige Samen gesetzt, aber ich brauche jetzt halt wirklich jede Menge von diesem Mats. Gott sei Dank haben wir ja fünffache Raden. Ich gucke mal hin, das Haus. Ja, hier haben wir noch einen Klee. Dann würde ich sagen, ändere ich mal hier ein bisschen auf. Dann seht ihr auch nochmal, wie mein Lifescore ein bisschen hochgeht. Ich brauche ja 250 Punkte im Notfall noch. Mein Sammelskill steigt nicht mehr, weil ich schon bei 10.000 bin. Und ihr habt es ja gesehen, ich habe hier schon 5 Berufe, die über 10.000 sind. Das heißt, ich habe meine fachliche Seite bereits entdeckt. Da gibt es auch nichts mehr dran zu rütteln. So, haben wir hier irgendwo noch Rosen oder Klee? Ich fürchte fast nein. Die habe ich doch, glaube ich, alle schon eingesammelt. Dann schauen wir mal in meine Truhen im Haus, ob ich da noch gelbe Tränke und Rosen und Klee habe. So, gucken wir mal hin. Also, was sagt mir denn meine Truhe? Wir haben auf jeden Fall, oh, sehr wenig Rosen. 80 Stück gerade mal. 125 Klee. Und wir haben hier jede Menge Schrott noch drin. Dann gucken wir mal in den Briefkasten. Ich habe mir einige Post auch selber zugeschickt. Wie gesagt, fahren wir das Werk, Bench, Briefkasten. Ich habe alles hier. Ich bin eigentlich ziemlich unabhängig. Mir fehlen halt nur meine Bank ein bisschen. Aber dafür habe ich ja meine Kisten hier im Haus. So, jetzt schaue ich mal in meinen alten Briefen nach, ob ich da noch Tränke habe. Oder Rosen und Klee, ne? Das ist auch ganz wichtig. So, da haben wir nochmal 12. Ne, das sind die Tanzrosen. Verdammt, da habt ihr ja gesehen beim letzten Video, wie man zusammen tanzen kann. Ich habe natürlich blaue Tränke jetzt ohne Ende, aber ich brauche leider gelbe. Das ist natürlich weniger schick. Und dann gucke ich mal, wie viel ich jetzt brauen kann, weil da brauche ich schon einiges von. Da habe ich so den komischen Verdacht. Sollt ihr das nicht hinhauen, da muss ich euch fast nochmal vertrösten. Das wird mir dann sehr leid tun. Da habe ich eben doch nicht alles vorbereitet. Das werden wir jetzt gleich sehen. So. Von den Tränken kann ich auf jeden Fall schon mal 5 basteln. Das ist schon mal ganz gut. Das sind schon mal die ersten 5, die ich auf jeden Fall brauche für die spezielle Station. In der Alchemie bin ich ja relativ fortgeschritten. Da habe ich 33.000 Punkte. Da sollten die Tränke auch schnell gemacht sein und kosten nur noch 7 Arbeitskraftpunkte. Ach Leute, ich sage es doch jetzt. So eine Woche ohne R-Gage, da weiß man erstmal wieder, was man hatte. Wenn man wieder zurückkommt. Das einzige Game, das ich noch auf meinem Notebook hatte, wo ich mal kurz gezockt habe, abends, wenn immer mal Zeit war, so nach dem Geschäftsessen oder nach irgendeinem Meeting. Das war dann SW-Tor. Das habe ich dann wirklich spaßeshalber mal geupdatet. Und ich muss immer wieder sagen, für einen Singleplayer oder im Koop hat es immer noch einen gewissen Charme. Da kann man echt nichts sagen. Aber naja, mehr halt auch leider nicht. Also SW-Tor hat für mich niemals diese Begeisterung entfalten können, wie es Spiele wie R-Gage eben schaffen würden. Ja, was habe ich denn da versucht zu verkaufen? Das ist, glaube ich, alles Leder. Das können wir alles vergessen. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, habe ich nicht, will ich nicht. Ich habe auf jeden Fall noch Rosen als Vorlage für das Auktionshaus, beziehungsweise auch noch Klee. Dann schauen wir mal, ob im Aha was drin ist. Aber auf dem Testserver ist das nicht besonders gut gefüllt. Das Aha, das sage ich gleich mal dazu. Aber sind wir einfach mal gespannt. Dann nehme ich jetzt mal einen Ruhestein. Der bringt mich jetzt auch direkt zur Zentrale hin. Da hätte ich jetzt auch einen Pottstein nehmen können. Aber naja, man will ja jetzt, obwohl das der Testserver ist, nicht zu viel verschwenden davon. Außerdem muss ich ja bei der Livescore-Händlerin hier nachgucken, ob das eventuell das geforderte Buch ist. Schauen wir mal. So, Schneiderei. Enhanced Crafting Station. Ihr seht jetzt, Punkt 2 ist erledigt. 10 verzauberte Stoffe und das Buch fehlen uns jetzt eben noch in dem Fall. Und dann gucken wir mal, ob das bei der Livescore-Händlerin angeboten wird. Ansonsten muss ich mal bei dem Typen hingucken, der auch die Möbel verkauft und die ganzen Sachen. Also das ist hier definitiv nicht mit dabei. Das sieht man schon. Das Rezept ist definitiv nicht dabei. Das sind, wie gesagt, doch die Bücher, die man braucht für das Sprachentraining. Das sind aber Sachen, die ich jetzt gar nicht mal zu sehr spoilern möchte. Fakt ist, man kann seine eigenen Bücher kreieren. Mit eigenen Texten geht, glaube ich, noch nicht. Aber die vorgegebenen Bücher kann man sich jetzt quasi zusammencraften und sich in sein Bücherregal individuell stellen, was auch noch in der Palpe liegt. Für zukünftige Patches. Wie gesagt, XL Games legt da viel lieber ins Detail. Es gibt ein eigenes Team, was sich ums Core-Gameplay kümmert, wie jetzt eben die Geschichte mit Siege. Dann wisst ihr ja von der Ankündigung, Ranked PvP ist geplant, Instanced PvP. Da bin ich etwas skeptisch. Da warte ich aber auch erst mal ab, bis ich konkrete Informationen habe und lasse mich da mal voll und ganz überraschen. Ja, Rosen gibt es keine immer. Das habe ich mir schon fast gedacht. Gibt es wenigstens... Ja, mein, wo ist denn mein Klee? Oh, das ist aber kein Klee. Oh, oh. Habe ich noch Klee? Da ist Klee. Direkt daneben, ja. Ja, super. 15 Klee für 3 Gold. Das, davon habe ich schon immer geträumt. Da habe ich, glaube ich, auch keinen Klee mehr. Das sind Bohnen. Da habe ich nichts mehr angepflanzt in der Hinsicht. Naja. Jetzt schaue ich erst mal beim... Bei dem Putzenhändler hier, was der schönes für mich hat. Und ich glaube, hier bin ich richtig, wenn ich es richtig sehe. Er hat anscheinend auch die Vorlagen für das Möbelstück. Natürlich, es ist ja auch Möbelbau, den man letzten Endes betreibt. Und ich benötige folgendes Buch. Pfeil nach oben und so weiter und so fort. Dann ist es wohl auf Seite... Ist es das hier? Moment, ich schaue mal kurz. 2 Gold 40. Da oben dachte ich, das sind Dingsbums da. Und es ist dieses Buch für 4 Gold 80 hier. Zack, 4 Gold 80. Also quasi Einsatz für das Buch. Ja, und jetzt fehlt uns noch der verzauberte Stoff. Und das wird, glaube ich, jetzt ein bisschen evil, habe ich so den komischen Verdacht. Was sagt dir mein Bankier? Habe ich hier noch was drin? Der Stoff wird eigentlich in einer Einziedlerzentrale gelagert. Damit ihr euch nochmal einen Überblick über die Preise hier verschaffen könnt, die das Aha so zu bieten hat. Moment. Das demonstriere ich jetzt nochmal kurz. Hier gibt es 100 Stoffe, schlappe 70 Gold zu haben. Ist doch schick, ne? Ja, da bläst man Kohle rein. Ich sage es ja immer wieder. Aber vielleicht gibt es hier auch verzauberten Stoff. Das wäre natürlich abgefahren. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ja, von den kleinen blauen Tränken habe ich natürlich ohne Ende. Wird aber auch keiner angeboten. Ihr seht, hier wird gar nichts angeboten. Das heißt, ich muss jetzt doch erstmal an Rosen und an Klee kommen. Das ist natürlich jetzt verpeilt von mir. Alles klar. So, Rose und Klee. So, dann kaufen wir mal, was weiß ich, 15 Rosen. Das müssten, äh, waren wir 20 Rosen. Und 20 mal Klee. So, haben wir die auch wieder da. Und dann würde ich sagen, bauen wir die hier mal schnell an. Und dann werde ich die Aufnahme nach dem Anpflanzen noch erstmal unterbrechen. Ich denke, oh, da ist natürlich jetzt der Eimer hier im Weg. Ja, ich baue jetzt die Rosen mal so weiter an. Das seht ihr ja, wie es hier funktioniert. Die Rosen brauchen eine Stunde. Der Klee benötigt, das zeige ich auch gleich noch, der Klee benötigt auch eine Stunde. Das heißt, in ungefähr einer Stunde werde ich die Aufnahme fortsetzen. Und, äh, sag bis dahin tschö. Ich werde jetzt hier alles fertig vorbereiten. Und dann machen wir hier weiter. Bis gleich. Ciao, ciao. So, jetzt bin ich wieder zurück. Die Rosen und der Klee sind fertig. Und damit es euch nicht allzu langweilig wird, während ich das ganze Zeug jetzt hier abende, habe ich mal wieder den guten Basti als Gast hier bei mir drin. Schönen guten Tag zusammen. Jo, Basti, äh, in meiner Abwesenheit unter der Woche ist ja das Angeln auf dem Live-Server mittlerweile live gegangen. Und wir kommen jetzt doch nochmal kurz aufs Angeln zu sprechen, weil wir es ja beim letzten Mal etwas verkackt hatten mit unserem Live-Bericht. Das hatte aber auch einen ganz speziellen Grund. Und Basti wird jetzt mir und euch allen mal näher erläutern, was man jetzt genau machen muss, um an so einen dicken Fisch ranzukommen. Bitte los, Basti. Also, unser größter Fehler war nämlich gewesen mit den Blinkern. Und zwar, die Blinker sind nämlich auch skill-abhängig. Das heißt also, für den Grund-Skill, um einen großen Fisch zu angeln, an den jeweiligen Spot brauchen wir die gelben Blinker. Die Topaz-Blinker. Dann dementsprechend weiter steigen, jeweils mit der Angel zusammen, äh, bei, dann auch den jeweiligen anderfarbigen Blinker. Ähm, glaube, das war jetzt für die 10.000 brauchen wir dann den grünen. Für die 20.000 brauchen wir den blauen. Und dann, äh... Halt, ne, Quatsch, aber das war, glaube ich, 20.000 erschritte. Das heißt, mit 30.000 dann den blauen und mit 50.000 dann den roten. Äh, gelb, grün, blau, rot. Ganz genau, richtig, ja. Also für die Basisangel 10.000, 20.000 und, äh, ja, 30.000. Was ist denn mit der 40.000 der Angel? Verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Nee, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, brauchst du, äh, für den 20.000 und 30.000 da. Den gleichen? Okay, alles klar. Das heißt, diesen entsprechenden Blinkerfisch kann man dann an der Angel anbringen. Und wenn man dann mit dem Blinkerfisch die Angel auswirft, dann schnappt quasi der dicke Fisch zu. Sehe ich das richtig? Genau, du brauchst gar nicht erst vorangeln. Das heißt, äh, du hast sofort den, äh, großen Köder und, äh, du hast einen viel längeren Kassbalken. Der geht fast drei Minuten. In dieser Zeit, äh, hat halt der große Fisch dann die Möglichkeit anzubeißen. Und du hast dann, ähm, wir haben herausgefunden, du hast einen 10-Minuten-Timer, um diesen Fisch im Endeffekt zu besiegen. Okay, wie gestaltet sich der Fischkampf so, gerade als Anfänger, wenn man noch, ähm, war im Bereich von 0, bis 10.000 liegt mit dem Angelskill? Äh, sagen wir es mal so, wenn wir nun einen Fisch hast, einen kleinen Fisch, äh, der mit 23.000 bis 25.000 Live, äh, Counter hat, dann ist es noch relativ machbar. Ab 35.000 Live, äh, als Anfänger ist nicht machbar, weil du kriegst ihn gerade mal, äh, 10% Live runter und dann sind die 10 Minuten schon um und der haut ab. Gibt es auch eine Chance, dass der Fisch komplett entwischt während des Fights? Ja. Okay, wie war dann so jetzt eure Erfahrung bis jetzt? Also wie viel habt ihr jetzt gemacht? Wie viel, äh, wie viel Fische und wie viel davon habt ihr an Land gezogen? Ähm, wir sind zu dritt unterwegs gewesen. Wir hatten zwei Spots gefunden und jeder von uns hat jeweils einen rausgezogen. Minimum. Ja, das klingt ja gut. Und die kann man dann quasi in den Häfen abgeben und dann bekommt man je nach Gewicht und Größe des Fisches dann unterschiedlichen Goldbetreuung, ja? Genau. Also wir hatten jetzt, äh, gestern zum Schluss hatten wir, äh, Segelfisch an der Leine gehabt. Ähm, bei einer Größe von 1,88 Meter, 320 Kilo hatte der, äh, ein Goldgewicht von, äh, von 5 Gold und, äh, 20 Silber, glaube ich, war das. In allen Häfen gleich oder ist auch hier wieder die Mittelinsel zum Beispiel in Front? Alle Häfen gleich. Wir hatten erst versucht, die Mittelinsel abzugeben, sind aber gleich instant von Roten, äh, gekillt worden. Naja, die Piraten haben ja da quasi ihr Territorium, das ist schon ganz klar. Äh, feindliche Spieler während des Angelprozesses, gab es auch Kämpfe während der Fischkämpfe selbst? Komischerweise nicht. Also da war alles sehr ruhig, äh. Man hat ab und zu mal ein Boot vorbeisegeln sehen, aber, äh, weil die Spots sind so weit verstreut, da wirklich auf andere zu treffen, ist, äh, fast schon, äh, Zufallstreffer, sag ich jetzt mal. Na, dann können ja zumindest die Angler sich nicht, äh, hören sich nicht über zu viel PvP beschweren oder so zumindest momentan. Ja, das klingt ja alles ziemlich nice, muss ich sagen. Also ich freue mich schon drauf, jetzt selbst auf den Liveserver endlich drauf zu kommen. Ich war jetzt die ganze Woche auf den Zug und da werde ich auf jeden Fall auch erst mal eine ganz, ganz große Angeltour hier, hier losstarten, ne, ist ja klar. Aber man braucht auch sehr viel Geduld, man muss wirklich mit mehreren Leuten, mit mehreren Booten unterwegs sein, um dann den wirklichen Spot zu finden. Wie, was meinst du mit den wirklichen Spot? Äh, wir haben ja auf dem Testserver unseren Fischfinder-Azar. Ja, und den gibt's auf dem Liveserver nicht, nämlich auch. Genau, es hieß zwar in den Notis, äh, von wegen, der wäre angelbar, äh, ich hab auch mit den Koreanern gesprochen. Auch von der Angelgilde und, äh, die haben mir bestätigt, dass es den nicht geben wird. Äh, Moment, es gibt eine Angelgilde auf unserem Server? Tatsächlich gibt es eine Angelgilde, ja, und sie ist ein Ableger von Hermes. Ah, okay, Hermes hat quasi, quasi jetzt eine eigene Squad, kann man so sagen, aufgemacht, äh, die, die Angler sind. Alles klar, wunderbar. Die haben auch bei uns auf der Gildeninsel das Haus hinten, äh, dementsprechend als, äh, Zwischenlager benutzt jetzt. Ah, ja gut, weil, äh, unsere Insel, wie ich mir ja schon hab sagen lassen, soll ja ziemlich gut sein für den Fischfang, ne? Ich hab da, ich hab da jetzt schon erfahren von meinen Spitzeln, die jetzt unter der Woche unterwegs waren, ist da viele fremde Spieler unterwegs, sondern viele auf der Insel auch geangelt haben bei uns, ja? Ja, weil, da kannst du richtig schön am Strand stehen, kannst du dann mit deinen Köderfisch rausangeln, also auch, äh, kurze Wege dann dementsprechend, äh, von den Spots, äh, zum Lagerplatz, kannst dann gleich wieder zurück zum Spot fahren. Na, das klingt ja alles super, das ist ja wunderbar. Okay, ich bin jetzt hier soweit fertig mit dem Abernten von Klee und Rosen, wie gesagt, Basti, du bist herzlich eingeladen, in Solstried mal die Casa Del Fido aufzusuchen, den neuen Einsiedler-Spot direkt an den Twins, ich weiß ja, wo du dich gerade rumtreibst. Du hast jetzt hier auf dem Testzahler angeln, 50.000, ne? Und wie angelt es sich so, also geht da die Caster wirklich auch erheblich runter, oder was sind die Benefits auf 50 km? Äh, also, ich merke halt, dass ich, äh, viel schneller die Fisch rausziehe, also ich schmeiße rein, ein, zwei Sekunden habe ich, schon einen Fisch an der Angel, ich hole, äh, viel mehr, äh, Schatzkisten raus, auch, äh, grüne und blaue Fische, äh, ansonsten, großartig, hat sich jetzt nichts verändert, also. Okay, also, ich verarbeite jetzt gerade meine gelten Tränke, weil ich bin jetzt gerade bei Crafting Enhancement Stations zu bauen, was die, also diese Experimental Crafting Stations, die ja jetzt auch auf dem Live-Server bereits drauf sind seit Mittwoch, äh, mit denen man quasi sein Gebäude aufwerten kann für Berufsskills, wie ich jetzt mittlerweile erfahren habe. Und zwar werde ich jetzt, äh, die bauen für den Bereich Schneiderei, und zwar Schneiderei Plus Tausend, und an dieser experimentellen Crafting Station kann man dann auch die neuen Stoffpuppen bauen, die Yata-Puppen, die es im Spiel gibt, ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Ich hab's nur korrekt überflogen, ich hab auch diese, äh, diese, äh, neuen, äh, Spielpuppen gesehen, die man wie eine Mühmaschine machen kann. Genau, so eine Spielpuppe werden wir jetzt auch bauen, ich hab jetzt auch bereits von den, äh, von den Live-Score-Points mir eben jetzt das Deed geholt dafür, beziehungsweise auch so ein kleines Pet noch, das sind ja keine Mounts, sondern das sind wirklich süße kleine Pets, Baby-Ausgaben von Tare, vom Elch, vom, äh, vom Hirschmeinig, vom Pferd und vom, äh, vom Löwen, richtig süße kleine Begleiter sind das so, richtig so diese klassischen WoW-Pets, ne? Du hast nur eine Geschwindigkeitsanzeige bei denen, wenn du die beschwörst, dann kannst du sie eben auch wieder verschwinden lassen und das war's. Die laufen dekorativ quasi an deiner Seite rum. Vielleicht kommen da noch Updates dazu, müssen wir abwarten, hab ich jetzt in Teil 1 schon genauer beschrieben. So, ich kann jetzt hier meine, meine Tränke brauen und ich hab ja noch Tränke im Inventarkatz nicht gerade. Oh, Leute, ich hätte die Pause überhaupt nicht machen müssen. Shit, jetzt hab ich schon 18 Tränke, das reicht ja locker. Okay, ne, doch, ein paar hätte ich trotzdem bauen müssen, alles klar. Also, Klee ist auch verbraucht, ein paar Rosen sind noch übrig. Dann geh ich jetzt noch mal an die Schneiderstation, um da eben aus dem Stoff, wobei der Stoff noch in meinem Haus ist, deswegen fahre ich mich erst mal zum Haus, die ganzen Sachen zu holen. Ich lade jetzt mal kurz Animage in die Gruppe ein, damit der auch sieht, wo ich mich rumtreibe. So, ist jetzt auch von mir in der Gruppe drin und Animage ist bestimmt irgendwo vorher sehr am Angeln, oder? Wo schreibst du dich rum? Direkt neben dir. Ach, du bist direkt neben mir? Dann hüpft doch mal mit euch das Portal. Hi, und rein mit dir. Dann zeige ich dir auch gleich, ich hab da auch das Ganze ein bisschen vorbereiten lassen hier außenrum, alles mit Pflanzen, mit Bäumen, damit man halt mal sieht, wie man dieses private Housing quasi auch ausbauen kann. Sowas richtig schön. Auf dem Testserver geht's ja, da klaut einem ja keiner das Zeug. Also fast keiner. Es gibt schon ein paar typische Elstern, aber bei diesen hochkarätigen Bäumen, die ich hier gepflanzt habe, bringt das sowieso nichts. Das wirst du jetzt gleich sehen, wenn du ankommst. Ich hoffe, ich stehe im Wald. Geil. Ja, so, wenn ich vorstellen darf, das ist jetzt quasi mein privater Haus, Diet. Der Diet ist jetzt hier, das ist dieses Holzding, das hier steht, mit dem Miniatur, kleinen Haus drauf. Hier ist das Haus, da vorne ist die große Vogelscheuche und mehr passt hier nicht her. Aus. Ende. Das heißt quasi, das ist quasi mein eigenes Stückchen vom Reich hier. Abseits der Spielerstelle, für Leute, die auch keinen Bock auf Inseln haben, die können sich quasi an solchen einsamen Spots niederlassen. Ich habe direkt die Spielerstadt nebendran, die NPC-Stadt nebendran, habe es nicht allzu weit zu Crafting-Stations und so, aber trotzdem eine gewisse Ruhe und bin abseits des Trubels. Ja, und hier drinnen, wie gesagt, das habe ich jetzt nochmal ein bisschen nachgebaut, das hat ein Kollege von mir etwas schlecht eingerichtet, aber wenn du mal reinschaust, hier sind jetzt alle relevanten Crafting-Stations auch drinnen. Ja, was ist jetzt hier drin. Und da brauche ich jetzt Genau, da brauche ich jetzt auch meinen Stoff. Ich nehme mal 200 raus. Ah ja. Genau, auch ein Bettchen und so, also was man halt eben so braucht. Alles gut. Und halt eben draußen der künstliche Wald, ganz, ganz viel Geblümsche habe ich jetzt hier hingebaut noch, damit man das noch ein bisschen schön sieht mit Dekorationsmöglichkeiten. Ein Stück weiter im Süden ist ja die kleine Mine, wo man ein bisschen Erze auch herbekommt und alles. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Lage, finde ich. Deswegen habe ich mir dann auch ausgesucht. So, ich mache mich jetzt mal auf den Weg zum Webstuhl. Da muss ich zum Webstuhl in die NPC-Stadt schnell rüber, um eben noch den magischen Stoff zu bauen. Und dann können wir direkt am Webstuhl auch die Enhancements-Station fürs Haus bauen. Das ist eigentlich der Grund, warum es jetzt diesen zweiten Teil eben gibt, um eben vorzuführen, was man damit machen kann. Und dann habe ich sogar auch schon die Mats für so Püppchen parat, dass wir uns so Püppchen bauen können. So, wie man sieht, einfach nur hier durch, meine lieben Zuschauer. Dann ist man gleich hier am NPC-Dorf, wo auch die ganzen ersten, die ersten kleinen Crafting-Stations für die kleine Vogelscheuge stattfinden. Und wie ich schon im ersten Teil sagte, bildet euch nicht ein, dass ihr auf dem Live-Server in einem Stadtgebiet außerhalb vom Claim irgendwas sicher anbauen könnt. Und gerade im Stadtgebiet mit kleinen Schaß wird es euch immer passieren, dass euch das Zeug unterm Popo weggeklaut wird, egal, was ihr auch außerhalb anbaut. Das kann ich mir, wie gesagt, nur hier auf dem Test-Server erlauben. So, jetzt sind wir hier angekommen. Jetzt geht's, wie gesagt, jetzt habe ich hier alle Mats zusammen. Das Buch vom Holzbedarf, das Deed vom Live-Square-Händler. Die Tränke sind fertig. Jetzt brauche ich noch zehnmal verzauberten Stoff. Verzauberten Stoff erstelle ich hier oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und los geht's. Ja, was habe ich denn noch so Spannendes verpasst diese Woche? Was kam denn mit dem Patch noch so schön? Ist irgendwas bemerkenswertes noch, was die Leute jetzt machen? Nee, eigentlich nicht. Also die ganzen Deezes, die haben wir eigentlich zum großen Teil verpasst gehabt. Ich glaube, ein oder zwei Leute konnten sich kleinere Claims sichern. Mit Vogelscheuche. Zwischen sind wir jetzt, wie gesagt, vier, fünf Leute unterwegs. Ansonsten gab es eigentlich nichts Großartiges. Also hat sich jetzt die Angelsquad auch bei uns in der Gilde gebildet, okay. Da bin ich aber gespannt nachher dann im Channel, wo wir ein bisschen privat über das alles quatschen können, was da so alles passiert ist. Wunderprächtig, wunderprächtig. Gut, diese Station, also es gibt auch eine höhere, das seht ihr jetzt hier, da bräuchte ich jetzt 20.000 Schneiderskill dafür, kann ich aber nicht machen, weil ich schon fünf Berufe über 10.000 habe. Das wäre dann quasi eine richtige Nähmaschine, wie man schon am Minimsymbol sehen kann. Was dieses kleinere jetzt hier ist, dieser Koffer, diese Kiste hier, ich lasse mich da mal voll und ganz überraschen, was dabei rauskommt. Sieht eigentlich aus wie so ein mittelanderlicher Plotter, wenn man sich das mal genau anguckt, so ein Großdruckgerät. Ich habe wirklich keine Ahnung. Das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Irgendwas läuft hier aber gerade falsch, glaube ich. Oder habe ich jetzt richtig... Hallo? Ja, 10 von 10, passt. So, und dann würde ich sagen, bauen wir jetzt doch einfach mal die Maschine. So, und jetzt seht ihr auch, ich klopfe auf dem Webstuhl mit dem Hammer rum, um das Gerät zu erstellen, okay? Ob das denn so gut tut, wenn ich da drauf rumhau? Naja. So, und hier ist mein Gerät. Wie gesagt, Skillerhöhung um 1000. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich das jetzt rechtsklick, wenn ich mich nicht auf meinem Haustiel aufhalte, also ohne Gewehr. Oh, das mache ich aber erst, wenn ich im Haus bin. Ich habe ja gesehen, ich habe schon eine Zauberbewegung ausgeführt. Okay, Basti, wir gehen zurück zum Haus. Jo, unterwegs. Also der Radarfisch ist angeblich angelbar. Die Frage ist halt, wo, ne? Vielleicht gibt es ja einen speziellen Spot, wo es diese Radarfische eben nur gibt, den man erst mal finden muss. Wäre natürlich ein Ansatz. Ja, also wie gesagt, die Koreaner meinen, nein, den wird es nicht geben. Der wäre nur auf dem Testserver. Aber wie gesagt, den Noten stand halt drin. Es gibt einen für Hochsee und einen für Süßwassergewässer. Okay. Das ging natürlich mal gespannt. Das ist sehr spannend. Der für Hochsee, der sieht ja hier vom Icon aus wie so ein Segelfisch. Also ich habe keine Ahnung, was das jetzt macht, weil ich habe eigentlich jetzt alle Skills... Oh, jetzt müsste ich eventuell... Naja, gut, Basti, du hast ja Angeln schon auf 50.000, dann kann ich ja meinen Angelskill downgraden. Das werde ich jetzt mal machen. Jupp. Weil ich eh nur 11.800 habe, dann gehe ich jetzt mit Angeln auf 10k runter und erhöhe dafür Schneiderei um eine Stufe. Nicht, dass mir jetzt 1.000 Punkte verloren geht, nicht, dass das jetzt irgendwie instant meinen Skill erhöht oder so. So, das habe ich jetzt gebaut und jetzt führe ich das quasi hier aus. Ah, nein, jetzt habe ich einen neuen Gegenstand bekommen, also mein Skill hat es nicht affected. Und den kann... Lol, was ist denn das? Okay, so, Basti, jetzt pass mal auf, ich platziere das mal hier hinter in die Ecke. Schau dir mal das an. Eine Schneidereikiste? Das ist die Schneidereikiste, ja, die kleine. Also das große ist eine Nähmaschine, das kleine ist die Schneidereikiste. Ich zeige euch jetzt auch nochmal ein ganz anderes tolles Feature, wenn man jetzt das Haus nämlich anklickt. So, seht ihr jetzt nämlich hier, habt ihr da hier oben, ist das das neue Knöpfchen, jetzt muss ich mal gut überlegen. Ja, und zwar, Basti, wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob du das auch sehen kannst, wenn du jetzt auf mein Schild über der Tür gehst und dieses Infobild aufgeht. Also zunächst mal, hier unten gibt es ein Häkchen, liebe Zuschauer. Wenn man das aktiviert und dann das Ganze nochmal bestätigt, dann kann ich selber auch nicht mehr aus Versehen meine Gegenstände aufheben hier im Haus. Ihr seht ihr hier beim Bett, ich kann mich nur noch schlafen legen, nur noch die Crafting-Tables benutzen. Ich kann jetzt nicht mehr aus Versehen Zäune looten oder was sonst noch so passieren kann, auch andere Spieler nicht mehr. Da ist doch so ein Knöpfchen, kannst du da drauf drücken, Basti, als Nichtbesitzer? Nein. Okay, also ich drücke jetzt quasi auf den Knopf und jetzt steht hier der Hausbonus und der Hausbonus in diesem Haus beträgt Schneiderei plus 1.000. 10.000 plus 1.000, solange ich mich auf diesem Deed anscheinend aufhalte. Ich gehe jetzt mal vom Deed runter und Tatsache, ich habe 10.000 Schneiderei. Wenn ich jetzt wieder zum Haus zurückgehe, dann bin ich bei, na komm, lass mich mal kurz rein. So, jetzt bin ich wieder am Haus und jetzt habe ich wieder 11.000 Skill. Also dieses Haus hat jetzt quasi einen Hausbonus von plus 1.000 auf Schneiderei. Bekommst du den auch, Basti, oder ist der nur für mich? Warte, ich gucke nach. Neiderei, da haben wir es. Nein, ich bekomme den nicht, der ist wirklich nur für dich. Okay, weil du ja auch in keiner Familie und nichts bist. Ich stelle jetzt das Haus auf free for all. Okay. Okay, Basti, das Haus ist jetzt auf free for all gestellt. Und jetzt bewegt... Nein, passiert nichts. Also ist der Bonus wirklich nur für den Zerhaber des Hauses gedacht? Ja? Ich muss die Leistung nochmal auch kurz neu aufrufen, dann geht's. Jetzt ist sie auf 1.000. Ah, wunderbar. Das heißt, man kann seine gesamte Gilde, man kann seiner gesamten Gilde einen Bonus von, und das sage ich jetzt nochmal bewusst, wenn man nämlich beide aufstellt, vielleicht kann man auch mehrere dieser Kisten platzieren, das weiß ich noch nicht, auf jeden Fall 2.500 plus auf einen Beruf für jeden, der in diesem Raum arbeitet, was natürlich einen gewissen Bonus auch darstellen kann, für die pure Anwesenheit. So, ich stelle sie wieder auf privat, jetzt passt sie seinen Bonus auch wieder weg. Und jetzt ist es halt eben so, dass man mit diesem Gerät, wenn ich jetzt an meine Schneiderstation gehe, müsste es eigentlich mir möglich, oder auch nicht, na, wo haben wir denn die? Hm, sag mal, Pasti, kann man die Dinger nur am Webstuhl herstellen, diese Puppies? Gute Frage, damit bin ich mich noch nicht befasst, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zum Webstuhl zurück, weil ihr habt es ja hier bei Schneiderei, das wollte ich euch ja als nächstes zeigen. Wir können über die Schneiderei jetzt auch natürlich neue Gegenstände craften, und da gehören eben diese Puppies mit dazu. Jetzt schaue ich mal kurz, was die, was die, da braucht man eben eine Schneiderei, wieder ein Schneideraltar, und damit brauche ich das hier. Oh, Leute, ich glaube, das kann ich euch noch gar nicht vorführen. Für diese Stofftiere, um die nämlich zu bauen, braucht man einen Schneiderskill von 20.000, Pasti, weil man mit dem 20.000er Schneiderskill sich erst diese Nähmaschine hinstellen kann, und erst an dieser Nähmaschine, an dieser zweiten Erweiterung der Crafting Station, kann man erst diese kleinen Stofftierchen bauen, wie man sie hier schön in Miniatur sieht. Ah, okay. Das heißt, mit dem nächsten Teil, denke ich mal, werde ich Schneiderei mal auf 20.000 hochprügeln, und dann können wir uns das nochmal in aller Ruhe ansehen. Damit wäre ich eigentlich jetzt für diese Runde vorbei. Wie gesagt, war mal wieder nett, euch mal wieder ein paar Upgrades vom Server zu präsentieren. Sorry, dass das mit dem Stofftiere jetzt nicht hingehaut hat, aber ihr konntet jetzt sehen, wie man eben für sein eigenes Haus und auch für seine Gilde, seine Mitspieler, Skills erhöhen kann. Es gibt natürlich eine Limitierung. Ich glaube, kleine Häuser können maximal zwei dieser Erweiterungen tragen. Je größer das Haus, desto mehr passt natürlich rein. Ich glaube, in so ein Gildenhaus kann man 15 oder 20 dieser Erweiterungschatullen natürlich reinpreschen. 25. Was natürlich großen... Hä? 25? Hast du es gerade vor dir? Okay, sehr gut. 25, sehr schön. 25 dieser Erweiterungen, und damit ist natürlich ein immenser... Man muss sich das mal vorstellen, man kriegt dann wirklich einen Boost auf seinen Skill drauf, der ist ja wirklich immens. Und das ist dann für die ganze Gilde letztendlich das von Vorhalt. Hast du zufällig ja gerade vorliegen, was unser Gildenhaus auf dem Hauptserver... Also das, weißt du, zweistöckige... Zweistöckige hat, äh... Da, 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 da... Da, äh... 17. Hm. Das heißt, wir können für unsere Gilde 17 Crafting-Upgrades reinsetzen. Genau. Wenn quasi jeder... Also das ist... Also quasi entsteht so wieder eine Symbiose in der Gilde. Die Sammler erwirtschaften über den Life-Score, die Sammler, Viehzüchter, Ackerbauern, Holzhacker und so weiter, erwirtschaften den Life-Score. Mit dem Life-Score kaufen sie die Deeds ein. Mit den Deeds können die verarbeitenden Berufe sich ihre Enhanced Crafting-Stations erstellen, die quasi dem gesamten Haus der Gilde einen Bonus vermitteln, dass jedes Gildenmitglied bis zu... Ja, 2500 entweder, oder ist es nicht limitiert, dann kann man natürlich bis zu 17.000 oder 25.000 Punkte in einem Beruf als Bonus auf dem Haus legen. Das werden wir noch näher ergründen. Da werden wir auf jeden Fall noch nachgreifen und beim nächsten Mal ein kleines Update dazu bringen. Okay. Dann danke ich Basti herzlich für die Assistenz. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Das ist gut.